Nein, als Kind war ich nie krank. Nein! Nur einmal habe ich fast eine Wester auf meine Lippen geschluckt. Meine Freunde, haben Sie mit einem Rasiermesser Ihrer Väter in Scheiben geschnitten und Sie als Köder beim Angeln auf die Haken gestoßen. Und mir erzählt, so fängt man fliegende Fische. Ich habe meine Westen immer nur in Gläser eingeschmerzt. Hausarrest. Die Gläser mit einem Gummiluftdicht verschlossen und gewagtem Besierstück. Versagen ist eine heilbare Krankheit. Was hast du denn da in der Schachtel? Kuggebärchen, Erdmus, Butter, Schokoladenriegel. Was willst du gegen mein Käsebrot tauschen? Klar, ich war nie krank. Keine Grippe oder so. Die Gesellschaft kann es sich nicht leisten, sich zu verlieren. Der Schachtel ist, wie sie auf die Haken ausgeschluckt. Ich habe meinen, den Schachtel ist, die jabe, die Haken ausgeschluckt. Ich habe meinen, den Schachtel ist, wie sie auf der Schachtel ist, Ich habe einen Schachtel mit печern, die Be Herzen aufgestellen. Die Schachtelung ist, dass es schon einmal nachdem, Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich bin ein Gericht, ich habe mich in die Schachtelung,